Halli, hallo, hallöchen mit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play The Bus. Wir schauen uns heute mal den neuen Bus an, dem es jetzt mit dem nächsten Update geben, würde ich euch den Bus an der Stelle schon mal zeigen, was euch denn erwartet. Und zwar, ihr seht ja schon, um was es geht. Ein Berliner Klassiker, tatsächlich der M&Line City DD, den wir jetzt hier immer fahren werden auf der Linie 200. Das ist auch ein bisschen die eure Linie hier auf der Map. Dafür stehen wir jetzt hier in der Nähe vom Zoologischen Garten. Und genau, wir werden jetzt erst mal den Bus aufrüsten. Dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen durch, schauen uns den mal ein bisschen an. Oder werden wir eben, ja, mal kurz eine kleine Linienfahrt machen. Das stimmt ja dann gar nicht, das wird eine etwas längere Linienfahrt werden. So, genau, das ist jetzt einmal das Fahrzeug. Wir gehen einmal außen rum, hätte ich gesagt. Ja, doppelstöckig eben, wie man es kennt. Drei-Achsen-Treppe hinten. Sachen, die ihr eigentlich seht, ne, da brauche ich jetzt eigentlich nicht großartig erzählen. So, da können wir da einmal rum hier. Wenn wir jetzt eine Minute später losfahren, meine Güte, ne, dann ist das halt so. Ach, Sonnenbrille wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn ich ihn aufgezogen hätte. Hm, naja, ich hoffe, ich bekomme das auch alles noch hin, so mit dem Fahren. Aber da bin ich eigentlich mal ganz für gute Dinge an der Stelle. So, das Fahrzeug hier, wollt alle schon mit hier, ne? Ja, ich beeile mich doch schon, ne? Ich laufe schon so schnell ich kann. Vielleicht auch nicht. So, äh, machen wir mal einsteigen hier. Äh, zack. Motor an. Da machen wir einmal ein bisschen Licht, ein bisschen datt. Und, ja, Tür schließen tun wir noch nicht, das war echt keine gute Idee. Wir müssen mal gucken. Wir haben, ähm, wobei es ist ja hell, ne? Also eigentlich brauche ich jetzt kein Licht im Fahrgastraum. Sonst hätte ich jetzt gesagt, mach mal über den Fahrgastraumlicht an. Äh, was ich aber mal gemacht hätte, ist schildern. Da können wir einmal machen hier. Start, wir sind die, äh, 2, 1. Was ist das? 5, 9 und 7. Bitteschön. Schönen guten Tag. Mal einsteigen wieder, wenn ihr rein wollt. Einmal AB. Einzelfahrerschein. Und das war's, das passt bei dir. Dankeschön. So. Ähm, genau, ich musste mir auch eine Taste eben neu belegen, weil der Bus hier eben, ähm, mit Türfreigabe arbeitet. Wie es auch eben das Vorbild tut. Entsprechend, ja, ne? Hier ist ein Platz, dass die hintere Tür... Achso, das hätte ich mal ausprobieren können hier, ne? Schade, das habe ich gerade mal nicht gemacht. Aber ihr seht, dass später die Fahrgäste die Tür mal aufmachen. So, dann können wir jetzt einmal hier durch den Bus haben. Auf jeden Fall einiges an Platz tatsächlich, äh, was wir hier zur Verfügung haben. Und guck mal, da hat sich schon jemand den Premiumplatz gesnackt hier. Ah, ja, die Dame. So ist das, äh, ja, würde ich, äh, schon empfehlen. Jetzt wettet die Lichter vor uns, sieht man ein bisschen was. Okay, ähm, dann wollen wir wieder die vordere Treppe runter. Und hätte ich gesagt, äh, jetzt ist da nicht mehr viel hier, ne? Von außen vielleicht nochmal kurz geguckt hier, ne? So, ein klein wenig abgesenkt. Äh, wenn wir es hier zumachen, äh, müsste das eigentlich, genau. Auch wenn das ein bisschen gefährlich werden könnte. So, wir müssen jetzt losfahren. Äh, genau, Bräumenspedal. Zack. So, und dann los geht die wilde Fahrt, ne? Äh, ab jetzt kennen wir das, glaube ich. Wie viel Uhr haben wir denn? Ah, eine Minute fahren wir schon Verspätung. Ja, gut, super. Äh, vielleicht können wir ein bisschen das Fenster aufmachen hier, ne? So. Ja, klein wenig frische Luft hier. Dann sind natürlich alle Fahrgäste hier. Räte, herzlich willkommen auf unserer heutigen Fahrt. In der Linie 200 würde ich eine angenehme Reise. Ja, es wird schon passen hier, ne? So. Ähm, ja, was gebe zu erzählen? Also ganz wichtig erstmal, ich werde vorhin weg sagen sollen, da der Bus erscheint nicht im Rahmen eines DLCs. Also es eben nicht, äh, Kostenpflicht ist, eben keine kostenpflichtige Erweiterung, sondern, ja, eine kostenlose Erweiterung, beziehungsweise... Dankeschön. Äh, beziehungsweise halt eben ganz klassisch ein, äh, Update in der Early Access-Phase. Äh, muss ich jetzt tatsächlich da? Scheint so, ne? Ähm, der Bus ist ja aktuell im Early Access und wird es auch noch für eine Weile lang bleiben. Und in der Phase werden eben einige neue Inhalte dazukommen. Und jeder, der das Spiel eben in der Early Access-Phase kauft, bekommt eben die ganzen kostenlosen Updates, genauso wie dann auch jemand, der das Spiel sich holt, wenn es quasi fertig ist. Aber auf jeden Fall, der Bus ist eben mit gedacht als, in Anführungsstrichen, halt eben Standard, äh, Content. Äh, ja, mal einen Fahrschein haben. Ich sehe das doch schon. Ähm, äh, D'Oi, die machen wir hier. Bitteschön, ne? Das passt. Danke sehr. Ähm, ach, ich drück mal die falsche Taste. Ähm, genau, so ist halt eben, äh, Update-Content. Und entsprechend, ähm, ja, gibt's den dann eben, soweit ich weiß, ab morgen als Update. Und ihr müsst da nicht nochmal irgendwie was extra drauflegen, weil halt eben so ein Update mit vorgesehen war. Genauso wie die vielen Updates ja auch noch kommen werden. Äh, wir sind jetzt da noch, sag mal, äh, wir sind noch lange nicht in der Endphase angekommen. Sind ja viele Early Access-Phasen geplant. Und da sind wir erst gut bei der Mitte. Das heißt, da gibt's noch einiges an Content mit. Und das ist jetzt eben, denke ich mal, so der nächste große Schritt. Ähm, vermute mal, Content generell ist was, wo die, äh, wo ihr jetzt so mit am meisten drauf hinfiebert, äh, was jetzt Busse und Karten angeht. Und dann haben wir hier eben mal wieder was. Einen neuen Bus, nachdem es jetzt da eben auch die zweite Linie von der ganzen Zeit gab, ist das jetzt eben so das nächste, äh, Content-Update. Wenn wir fahren jetzt voll gegen die Sonne, da ist das irgendwie nicht ganz so smart gewesen. Merke ich schon. Jetzt müssen wir irgendwie, ja gut, dann leben wir halt mit dem geblendet werden. Das ist rot. So wie ist das eben. Aber ich wollte jetzt mal hier vom, äh, Zoo aus losfahren. Mal mal die Richtung. Und ja, so wie ist das halt eben, ne? Was willst du machen? So. Hätte ich mir eine Sonnenbrille aufziehen müssen, ne? So sieht man da tatsächlich ein bisschen mehr. Naja. So, da sind wir wieder das gute Gefährt hier, ne? Achso. Wie ist ja, was das Interessante bei Gefährt ist, das kommt ja von Fahren. Und, äh, da sollte man auch tun, wenn grün ist, habe ich mal gehört. So, liebe Leute. Äh, der Ausstieg ist natürlich in Fahrtrichtung rechts. Ja, No Shit Sherlock, ich weiß. Ähm, so, mit Freigabe. Weiß ja nicht, ob, wann da jemand aussteigen will. So, ein schönen guten Tag hier, ne? Eilt herbei. Dann war es auch schon, Gott. Wir wollen nicht ewig stehen bleiben, ne? Wenn wirklich keiner mehr mitmöchte, dann können wir ja... Tatsächlich, glaube ich, wieder los. So, darf ich mich denn da nicht einfach ganz frech rausdrängeln? Oder? Ich frage einfach gar nicht, ne? Danke dir, ich bin Linienbus, ne? Ich darf das. Ach, Polizei. Ja, ne? Ich darf das. Ich bin Linienbus. Das ist ganz klar. Ähm. Ja. Oh, ich muss doch einmal zweitern nach links. Ah, sieht aber gut aus. Hier noch nicht. Das ist die Spur. So. Bisschen Gas drauf hier. Das ist rot. Was halten wir denn hier? Ach so. Fußgänger. Ja, Fußgänger. Was ist denn das? Kein Mensch braucht Fußgänger. Die Leute sollen... Wie sollen sie sonst zum Bus kommen? Gute Frage. Äh. Sollen sie ja was anderes machen. So, ist das meine. Joa. Was willst du machen? So. Äh. Dornstehen wir hier. Und fahren los. Ja. Sollten wir vielleicht auch nicht unbedingt tun. So. Wollen wir mal nach links obbischen. So. Äh. Genau. Wir sehen ja da, welche Hallestelle wirklich haben. So. Ich muss auch danach abbiegen, ne. Das ist nicht hier. Was ist denn denn das hier? Ist das zum Wenden? Ah. Guck mal. Ah. Okay. Ähm. Ja. Das scheint tatsächlich zum Wenden zu sein. Oh ja. Wenden. Schmenten. Sag ich da immer. So. Ach so. Wir können mal ein bisschen nach unten gucken hier, ne. War auch noch nicht gezeigt. Das ist so der Fahrerarbeitsplatz. Das Dashboard. Immer noch rot. Immer noch rot. Wie kann ich denn... Ah so kann ich zoomen, ne. Mit einer Zoom-Geste. So. Das auf jeden Fall hier. Das, äh... VDV-konforme Dashboard. Was hier eben verbaut ist. Im Scania haben wir ja tatsächlich das... Scania-Eigen-Dashboard. Und was wir auch haben, ist jetzt Verspätung, weil wir hier ewig an Ampeln stehen. Aber ich glaube, das ist so ein... Das ist ja generell so ein Stadt-Ding hier, ne. So. Musste man halt tatsächlich mit einkalkulieren, dass man an Ampeln steht. So. Haben die auch grün? Ne. Die dürfen ja parallel gar nicht grün haben. Haha. Weil... Äh... Wir haben ja einen Abbiege-Pfeil gehabt, ne. Wir haben ja nicht nur grün gehabt, sondern wir hatten ja tatsächlich den Pfeil. Entsprechend müssen wir ja komplett grün haben. So. Komm. Wir müssen hier die Leute durchschütteln. Wir sind drauf treten. Hier raus aufs Gas. 250 dürfen wir ja auch hier, ne. Ob wir vielleicht nicht so stark bremsen sollten, aber... Ja, da gewöhnt man sich dann im Laufe der Zeit dran. Entweder halt als Fahrgast. Oh Mann. Warum macht ihr den jetzt immer rot, wenn ich da komme? Also entweder gewöhnt man sich da als Fahrgast dran. Oder halt als Fahrer. Vielleicht ein bisschen gemütlicher fährt und einfach seine Pause opfert. Für das Wohlbefinden der Fahrgäste. Ich weiß, das hört sich jetzt erstmal nicht ganz so attraktiv an, dass man da seine Wohlverdiente... Haben wir denn da... Ne, haben wir nicht, ne. Ne, haben wir nicht. Gött. Überlegt, ob wir vielleicht irgendwie da vielleicht den ein oder anderen Radfahrer oder sowas in der Art da... Warte mal. Ganz schön, Bremse. Zack. So. Einen schönen guten Tag hier, ne. Hallo. Ach so, will jemand was? Sag das doch gleich, dann kann ich mich da lang machen. Ihr brauchst den für ABC hier, ne. So, du hast mir gegeben. 380. Muss ich jetzt das Geld nehmen, bevor du gehst? Ja, okay. Das ergibt natürlich in meinen Augen sofort Sinn. Ich drücke auch mal die falsche Taste, ne. So, eins ist bei mir die Standard-Innensicht. So. Das ist, glaube ich, so der Part, wo man sich nur ein bisschen daran gewöhnen muss. So, gleich nach der Kreuzung. Ach, guck mal. Einmal Glück im Leben hier, ne. Wahrscheinlich aber auch nur eine Minute Fahrzeit oder sowas. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht so, dass wir hier mega den... Mega die Luxuszeit oder sowas haben. Das, äh, ja. So. Da will doch keiner raus hier, ne. Dann passt das für mich. So, hi. Ach, du willst schon wieder einen Fahrschein haben hier. Das heißt, du schon wieder. Du hattest ja noch keinen. Äh, einmal en B. Wird du schön, ne. Eine angenehme Reise wünsche ich. Danke auch. So. So, dann wollen wir mal los hier, wenn wir denn dürfen. Ne, dürfen wir noch nicht. Ja, lässt mich denn mal jemand raus hier? Ich bin ein Fahrrad. Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich möchte gerne kein Fahrrad mehr sein. Komm, lasst mich doch einfach da einscheren. Leute, danke sehr. So, aber ganz schön was los hier heute Morgen, ne. Oh, jajaj. Ach so, Kreuzung freihalten. Ja, gut, das. Ja, damit sich da so einer reindrücken kann, aber das hat Penetranten. Also, der hätte ja auch einfach den, der hätte ja auch einfach den zweiten Slot da nehmen können, ne. Aber das fand ich jetzt frech, was der gemacht hat. Da finde ich jetzt, äh, verwerflich. So, welche Spur ist das denn? Kann ich denn vielleicht einfach mich da so ein bisschen dran vorbeischlamützeln? Ja, gerade auch so ein rechts, ne. Ich werde dann mal irgendwann versuchen, die nächsten, der da langfahren will, da mal effektiv zu verdrängen. So, liebe Leute, der aussieht natürlich immer in Fahrtrichtung rechts. So, guttach. Ach so, ich wollte mal ganz kurz, äh, warte mal. Ja, sorry, lass mich mal ganz kurz hier. Ja, gar keiner aussteigen tatsächlich. Nicht, wollte das mal ganz kurz zeigen. Also, man kann sich nicht durch die Tür dann, die Freigabe drin ist. Äh, warte mal. Habe ich die Freigabe gar nicht? Doch, hatte ich. Hinten zumindest hier, ne, so. Da habe ich den Triggerpoint gefunden. Da können die Freigärte dann quasi auch so machen. Und wenn dann frei ist, weil ich die Freigabe rausnehme, dann, äh. So, Fahrscheine wollen wir hier auch noch. Aha. Dann, äh, kriegst du die natürlich. Finde ich, ehrlich gesagt, ganz gute Preise. Da muss man nicht so viel rechnen. Äh, so drei Euro, da zahlen die Leute auch. Vorzugsweise, ich wollte gerade sagen, pünktlich. Aber da klingt einfach nach Inkasso. Äh, die Leute zahlen passend. So. Die Sporster, schweiner. Ja, aber mit dem Radstreifen, da muss man tatsächlich ein bisschen gucken hier, ne. Da kann sonst, da kann sonst ein bisschen schief gehen. Äh. Ah, hä? Hä? Okay, ich dachte, da links ist die Gegenrichtung. Aber das ist wohl ein Park. Also, ich dachte, da links von dem Brünnstreifen ist die andere Fahrspur. Wir dürfen aber scheinbar, wenn beide hier langen, natürlich darauf aufpassen. Also, okay. Davon bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, aber hey. So, und dann da ausschiegt noch nicht jemand in vorne, Richtung rechts. Ja, das habe ich nicht gesehen. Gegenlicht, sorry. Ah, der Haltewunsch. Jetzt. Jetzt, wo ich das einmal selber demonstrieren wollte, ne. Ah ja, so ist das hier. So, wir wollen mal langsam da rein. So, genau. Oh, ne, die hintere Tür geht auf. Was ich tatsächlich so jetzt nicht kenne, ist, dass das blinkt, wenn das aufgeht, aber... Ach, so. Kinder, es bereitet euch ja mal ein bisschen mal einsteigen hier. Da kann ja nicht sein, dass ihr da bis übermorgen immer einsteigen seid hier. Ja, mach mal die Kamera da weg. Was willst du nur haben? Sag mir das mal ABC, bitte. Danke sehr. Dann mach mal ein Zwonska und ein. Bitteschön. Ihr müsst das leider mit dem Schwaben hier Vorlieb nehmen in Berlin. Das tut mir echt leid für euch. So, schaffen wir eigentlich die Ampel fahren? Ne, wahrscheinlich. Ne, okay. Nicht immer am Ansatz. Not even clues hier. Ah ja. Bist du denn für Marke? Hm. Hat wissen wohl nicht... Ja, hallo? Wagen hört? Ja, Wagen hört. Wagen 3107. Ist da einer von euch da hinten, der da pippt? Das geht ja gar nicht. Einfach diese Mobil... Ich bitte sie, die Mobiltelefongeräusche einzustellen. Ja, ja. Wobei der Mobiltelefon ja in der Regel auch nur noch selten zum Telefonieren benutzt wird. Wobei ich tatsächlich jetzt mal, äh, mega spannend bestimmt, äh, wenn ich mal von mir aus ausgehe, ich hatte ja jahrelang, äh, nie eine Art Flat oder sowas auf dem Handy. Ja, ich habe also nie wirklich telefoniert, weil, keine Ahnung, das kannst du eigentlich auch alles hier wie schriftlich klären meistens. Äh, äh, und vor allem hast du den Vorteil der Asynchronkommunikation, Problem an Anrufen oder sowas ist immer synchrone Kommunikation. Also beide Kommunikationsteilnehmer müssen, äh, ja zur gleichen Zeit quasi verfügbar sein. Und das ist ja ein Thema, was bei asynchroner Kommunikation, wie zum Beispiel Schreiben oder sowas in der Art, ja tatsächlich nicht der Fall. Das hat beides Fortnachteile. Äh, ich sag mal, wenn es viel so in der Art zu diskutieren gibt oder sowas, da bringt mir der Teil rein gar nichts. Da muss, da geht's eh immer hin und her. Ja, und da geht dann auch immer der, äh, beschriftliche Kommunikationsweg hin und her. Aber ich sag mal, für so einfache Sachen ist das, und für so ein ganz simples, ähm, so is it, ja, eignet sich das halt tatsächlich gut. So, äh, Tür zu, Abfahrt, zack. So, haben wir alle, haben alle keiner mehr mit. Bus hoch, fantastisch. So. So, die anderen sagen, kommen wir immer gar nicht gleich, ne? Das ist immer so ein Trugschluss, dass ich da gleich drauf warte, aber die kommen ja, so wie es ja eigentlich auch in der Realität ist, dann eben nicht kurz nach der Start, sondern kurz nach der Endhaltestelle, so, äh, kurz vor der, ach, ja, Quatsch, Endhaltestelle gibt, so, hier kann man keine Endhaltestelle zumindest noch nicht, äh. Ja, da darf ich doch bestimmt auch nach links. Habe ich grün gehabt? War da eine Ampel? Gar keine Ampel gesehen, aber, ja, gut, dass ich grün hatte, ne? Ich freue mich da gerade drüber ein wenig. Ist das eine Busspur? Ja. Ich darf auch nicht allen vorbei, auch wenn das ein bisschen eng ist. Ne, ist es gar nicht. Dankeschön. Varian-Friestraße, Potsdamer Platz. Varian-Friestraße, okay. At least ist so wie Fry, so, ähm, Bock auf Pommes an der Stelle. Oder ist rot. Äh, können wir mal in der Bude gleich mal so ein Portion Pommes holen hier. Vielleicht von Varian frittiert, wobei es bestimmt auch irgendein krasser Mensch gewesen, der bestimmt voll krasse Dinge getan hat. Und, äh, ja, die mir jetzt tatsächlich so nicht einfallen. Aber, hey. Wollte schon sagen, es steht jetzt bestimmt in den Kommentaren oder so, aber, ja, das hat er mir auch so nachgelassen. Keine Ahnung, äh, fand ich, war früher immer so ein krasses Thema mit, dass alles, was einer im Video erzählt hat, sofort auf die Goldwaage gelegt worden ist. So, also, ähm, ich finde ja prinzipiell nicht schlecht, dass man nicht irgendeine Scheiße erzählen kann oder so. Aber, ja, ich sag mal, das hat sich zumindest irgendwie so dieses ganz Unkonstruktive, äh, wenn sich halt einer in einem Bereich nicht hundertprozentig so auskennt wie jeder Zuschauer, weil das die Problematik ist. Ich glaube, das dürfte jetzt hinlänglich eh bekannt sein. Ich bin ein Mensch und ihr da draußen, äh, die ihr das Video schaut, seid jetzt ein paar hundert beziehungsweise ein paar tausend. Ähm, ja, ich hab von ein paar Sachen ein bisschen Ahnung vielleicht, ähm, nur gefühlt zu jedem Thema, zu dem ich was sage, gibt's da draußen einen von euch, der das besser weiß, was da ganz, äh, nee, das schmeckt noch über, äh, was da ganz normal ist, weil, ja, wäre schlimm, wenn's nicht so wäre. So, also, wenn's viele Themen gäbe, wo ich als einer irgendwie mehr wüsste als tausend andere, weiß ich nicht, da ist ein bisschen was falsch. Oder zumindest Leute, die das für sich einnehmen. So, entsprechend weiß natürlich immer jemand besser, wie jetzt mit dem Bus hier, ich kann mir halt vorstellen, ich kenn das zumindest aus anderen Implementierungen, so, dass, äh, das halt nicht blinkt, äh, saß jetzt allerdings auch noch nie in Berlin vorm Steuerfuhr so einem Bus, ne? Keine Ahnung, weiß bestimmt jemand besser von euch. Wenn ich was erzähle, wo ich eigentlich auch klar mache, ja, ich bin mir das auch nicht hundertprozentig sicher, dann wurde das zumindest noch bis vor ein paar Jahren, aber so dermaßen, äh, herablassend dann korrigiert. Das hat so ein bisschen nachgelassen. Ah, kannte ich noch gar nicht. Gut, ähm, äh, was soll ich denn erzählen? Ja, genau, das war halt bis vor ein paar Jahren noch so krass, jetzt, ich sag mal, ist Kommunikation im Internet anders, unkonstruktiv geworden, das will ich ja gar nicht, äh, will ich jetzt ja gar nicht absprechen oder sowas. Also, es gibt jetzt andere Probleme, äh, was sowas angeht, aber zumindest das hat es so ein bisschen nachgelassen, weil das war dann ungefähr so das, mit dem, äh, ich aufgewachsen bin und ich weiß nicht, wer jetzt noch aus der Zeit dann irgendwie mit dabei ist, wer irgendwie früher bei Gronkh Minecraft oder sowas geschaut hat, äh, ey, es ist auch schon gefühlt wieder fast zehn Jahre her, oder das ist schon zehn Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, immer der klassische, hey, du hast dabei 1,35 Eisen übersehen, so, das war auch einfach der Ausdruck dieses Mindsets, was damals, äh, ja, das schaffen wir jetzt noch. Hey, Josh, da war es schon rot. Ja. Ähm. So, ich weiß nicht, also, das war halt früher stärker ausgeprägt, deswegen, äh, habe ich jetzt auch keine große Korrektur von dem erwartet, was ich da... Okay. Wow, 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 wow man kann ja irgendwie trotzdem zumindest mal drüber reden, ob das denn alles so beimmelt schon wieder. Das ist nicht mein... Also ich hab meine digitalen Geräte A irgendwie sowieso immer auf lautlos, damit mich keiner erreicht. Das, äh, weiß ich nicht, weil es mein privates Umfeld schon ganz gut ist, weil mich selten... Ich habe sofort noch Werbung für asynchrone Kommunikation gemacht und dann aber selber nicht erreichbar sein, dass äh, ja. Also da wird dann häufig irgendwie gleich Luise angeschrieben oder so, weil man mich halt eh schlecht erreicht, keine Ahnung. Es ist immer so ein bisschen schwierig, aber das ist nicht nur privat so, das zieht sich auch teilweise... Okay. Das zieht sich auch teilweise durch die, äh, ich sag mal YouTube Kommunikation, das ist jetzt irgendwo anders. Ja, aber zumindest kann man sowas dann auch irgendwie rausschieben, wenn es einem gerade nicht passt. Ein Telefonanruf finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Sag mal, jetzt bin ich die Hube gefunden, da bin ich auch schon wieder weg gewesen, aber das war frech. So, schaffen wir das hier da vorne? Komm. Ach. Ach, ist das da vorne? Sind ja die Pöller da, weil da die Dingens da... Ich glaub' ja, das war da. Das ist, ich glaube da, wo ich glaube ich, das ist... Das ist, oder? Ist das da, wo ich glaube, dass es ist? Ich glaube. Kenne mich allerdings auch nicht so gut aus. Es gibt wahrscheinlich mehrere Städte so mit Pöllern in der Stadt. Oh, was steht denn da offen? Oh, okay, krass. Hä, what the fuck? Okay, das ist ein Buch mit einer Kerze. Oh, ich sehe ihn schon Weihnachten! Oh, da will jemand drüberlaufen. Also, ob wir vielleicht ein bisschen drauf acht geben. Wir können auch neun draufgeben. Oder fünf. Fünf, wie der heutige Adventskalender Eintrag. Können wir auch gerne fünf draufgeben. Ihr müsst es dann aber auch fünf aussprechen. Das ist extrem wichtig. F-Ü-M-P-F. Finde ich einfach auch menschlich wichtig. Wenn er so weit hinten steht, dann halte ich aber auch ein bisschen weiter hinten hier, ne? So, hi! Kommt's mal rein hier. Dankeschön! So, zu hier mit der Hütte. Ja, also ihr seht doch, wir haben bloß einen Türtaster. Der ist halt eben für vorne und der Rest wird halt eben mit der Türfreigabe gemacht. Aui! Äh, wir müssen dann nach links. So, unter der Netten-Friedrichstraße. Äh, genau. Also, prinzipielle Linie. Ja, auch schon lange nicht mehr gefahren. Jetzt, äh, tatsächlich hier in der Bus. Aber ist ja auch eine der, äh, zentraleren. So, danke. Okay, dass du dich hier wieder gefangen hast. Dann wollen wir mal nach da. Aber mit den vielen Fahrradwegen finde ich schon auch stressig, tatsächlich. Ach, Mann. Was ist denn los? Ich hab aber auch voll Glück heute mit den Ampeln. Nicht. Belastend. Ich hab eine Bussspur. Okay. Äh, leuchtet aber. Okay, ich möchte mal angemerkt haben, dass da oben nicht die Videokodierung ist. Das sieht doch bei mir so aus. Also, ähm, ja. Ist da vielleicht auch irgendwie ganz... Bitte, danke. Okay. Alles ist gut. So. Haltestellenbremse hatte ich auch, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich die belegt hatte. Ansonsten hatte ich halt versucht, mir die meisten Tasten wieder so zu legen, wie ich sie eben auch aus anderen Spielen kenne. Halt aufs Lenkrad. Das hat der Vorteil, ähm, das ist halt selten vorbelegt mit Tasten. Da kann man sich das dann halt selber... Ach, gute Nacht. Okay, das hat mich gerade irgendwie übermannt. Ähm. Ja, blub. Ich warte auf die Kohle-Ampel. Ich glaube, mehr ist da jetzt auch nicht viel drin. So. Dankeschön. So. Oh, guck mal. Der Bagger bewegt sich ja sogar. Krass. Baggert der auch so? Ah, wahrscheinlich ist das ein bisschen schwierig mit dem, dass man da wirklich was abträgt, weil sonst könntest du da wahrscheinlich keine Endlose-Animationen draus machen, denke ich mal. Aber, okay. Und ich drehe in der Bagger. So. Da ist doch schon wieder rot hier. Ja, klar. Wir haben ja die Zeit hier, ne? Oh, der nächste Bagger, du Allerlatzer. Da sind ja ganz schön viele Bauarbeiten hier. So. Und dann lädt ein Friedrichsstraße da aus. Stiegen fahren Richtung... Habt ihr irgendwie so ein... Habt ihr bei diesem Advertisement ausverkauft, habt ihr da alle den Hut da? Ist das irgendwie gerade Trend, oder wie? Schön gedacht zusammen. Also der Hut-Trend hat sich bei mir noch nicht durchgesetzt. Gut, ich generell noch keinen Hut-Trend mitgemacht. Hab ich jemals einen Hut getragen? Nee. Glaube nicht. Also natürlich halt Wintermützen oder so. Das ist ja keine Hüte. Hat die jemals einen Hut auf? Also außer mal, was man halt so macht im Kaufhaus, wenn man halt einkaufend ist mit ein paar Menschen, setzt man sich halt manchmal lustige Sachen auf. Das sag mal, abgesehen davon glaube ich nicht, dass ich mal ernsthaft einen Hut auf hatte soll. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da durchkommen. Hui. Sorry, liebe Fahrgäste. So, wenn man ein bisschen zügiger fährt, kommt man auch hier durch, du. So, und der Ausstieg natürlich wie immer in vorn Richtung rechts. So. So, da sind wir wieder. Hat auch bestimmt gar keiner gemerkt. Wir können ja gleich wieder los hier. So, zack. Und ab geht die Fahrt hier, ne? So, es ist wie aus Zauberhand. Haben wir hier gegangen, müssen wir noch einlegen. Äh, es ist wie aus Zauberhand irgendwie ein paar Minuten später geworden. Äh, ups. Ja, ne, der Verfahren ist ein bisschen mit der Sonne. Das ist hoffentlich auch irgendwie in Ordnung. So. Dann wollen wir mal schauen, ne? Da sind ja noch ein paar Meter und die wollen wir natürlich auch noch irgendwie mitnehmen an der Stelle. Okay. Ich war für einen kurzen Moment verwirrt, aber, boah, das ist schon in Ordnung. Drei, zwei, eins. Grün. Ne, schade. Hätte, hätte klappen können. Hat's leider nicht. So. Hier wird, wird ein Schloss gebaut. Okay. Äh, ich hoffe mal, ihr habt nichts verpasst. Ne, ich glaube nicht, was ich geplappert hab. Ähm, also sorry, falls es irgendwann ein bisschen hart war, aber ich, wenn ich nicht viel darüber erzählt hätte, wäre es noch gar keinem aufgefallen, bestimmt. So. Wollen wir mal weiter im Text hier, ne? Dafür sind wir wieder im Plan. Das ist auch ganz schön hier. Und hier sind wir mit verspäten. Und wir sehen ein bisschen den Shuttle von unserem Bus hier, ne? So. Einen schönen guten Tag hier. Einmal rein. Hallo. Guten Tag. Fahrscheine? Irgendwer? Habt noch welche da? Kannst du sagen, zu verschenken, aber zu verschenken dann doch nicht. Es sind und bleiben teure Fahrscheine, die mir als Busfahrer, wenn auch indirekt, meinen Lebensunterhalt finanzieren. Deswegen möchte ich heute so anhalten, diese Fahrscheine auch käuflich regulär zu erwerben, liebe Leute. Spandangerstraße, Marienkirche. So ist das. Und der Ort steht natürlich in der Fahrrad Richtung rechts. So. Ganz schön wild, was die da veranstalten. Ja, aber das löst sich wieder da auf der Kreuzung, hoffe ich mal, ne? Ich warte einfach drauf, dass da jemand entfernt und dann passt das schon. Irgendjemand, also wenn der Rechtsabbieger fährt, hm, weiß ich nicht, aber zumindest wenn einer von denen, ach so, ich hab uns auch vor, als gerade die halt schon mal haben sie gefunden. Die ich benutzen kann im Zweifel. Die ist ja auch ganz praktisch. So. Wollen wir mal weiter hier. So. Ja, ja. Ihr drückt mich da schon ein bisschen ab. Ich werde da mal mitmachen. Ich lass mich mal abdrängen. So, liebe Leute, der Bus füllt sich langsam wieder. Fantastisch. So. Einen wunderschönen guten Tag hier. Hallo. Schönen guten Tag. Hochgepumpt und Abfahrt. War noch nicht ganz so weit. So, wir wollen jetzt noch was aufschreiben. Merkt wahrscheinlich gerade keiner, wenn ich es nicht gesagt hätte, wie, glaube ich, die meisten Sachen im Let's Play. Und eine Sache habe ich vergessen. Ja, gut, da weiß ich jetzt auch nicht mehr. So. Alexanderplatz. Genau, also wir haben jetzt auch schon auf dem Teilschock hier die ganze Zeit der Übergang zur zur anderen Buslinie gehabt, die halt eben hier enthalten ist. Genau, da haben wir schon ein in Anführungsstrichen Netz bestehend aus zwei Linien, das wir jetzt hier befahren können. Genau. So ist das, liebe Leute. So, hat er überhaupt hier mal Grün gerade? Ja, wahrscheinlich. Ich würde das gerade sonst mal hinterfragen, warum da sonst keiner sein Bob ist da fortbewegt. Ja, gut, Blinken machen wir uns auch nicht sonderlich hier, ne? Wenn wir eh schon auf der rechten Spur sind, da ist ein bisschen, ja. Nädgorn, so sinnvoll. So, was eigentlich sinnvoll ist, ist Leute einladen. Habe ich die Freigabe drin? Ja, okay. Will einfach nur keiner raus. Gut, einen schönen guten Tag. Ah, ich sehe schon. Die fahrscheinwilligen Menschen. Äh, 380 werden das bitte. Jetzt sind ich sie, die Münzen leider nicht. Ich muss mich auf der zusammengezählte verlassen. Ah, da passt ja. Da passt der Eubann-Vereih. Fährt die Dorme. Ich bedauern kann mich ja recht herzlich für ihre Kooperation. Ich finde, Bus fahren ist auch noch so was. Da ist halt mit dem Kleingeld auch immer noch so, also, da ist immer noch voll das Thema. Irgendwie gibt es dann immer das, ich sage in Anführungsstrichen, extrem Handyticket, E-Ticket generell. Oder wenn du es halt beim Fahrer kaufst Bargeld. Aber das war jetzt irgendwie so zwischendrin. Na gut, okay. Wie willst du an dem Gerätgeschäft mit Karte bezahlen? Auch wenn ich jetzt sagen würde, dass durch dieses kontaktlose Gedöns und vor allem für kleine Beträge und so was ohne viel Hickhack, dass sowas ganz sinnvoll ist. Aber, ja. Ich sage mal, der Rest kauft sich ja fahrscheinlicher Automaten. Keine Ahnung. Ich bin dann meistens in anderen Städten, wenn ich sehe, der geht irgendwie digital oder sowas, dann ist das meistens eine ganz gute Sache. Weil er halt auch nicht weiß, ob und wie jetzt da dann der Verkauf beim Fahrer stattfindet und oder nicht. Und, ja, ist gut für Karlsruhe hier, ne. Heimatverkehrsverbund, da habe ich dann halt eh, hat man dann eh eine dauerhafte Karte. Ist das eben eh kein Thema. Aber, ja. So unterm Strich bin ich schon irgendwie ein ganz großer Fan von, äh, irgendwie digitalen Tickets oder so und Stuff. Oder jetzt halt irgendwie von, äh, meiner Dauerkarte mit, also, die man online kauft und dann ausdruckt. Weil, mir ist es zwar nur nicht passiert, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es mir passieren kann, ist halt, dass ich die Fahrkarte verliere. Und so kann ich mir jetzt, A, einmal für meinen Geldbeutel ausdrucken, dann nochmal irgendwie in der Jackentasche von einer anderen Dingens drin lassen. Und, ja, man hat quasi immer eine Fahrkarte dabei. Und läuft halt nicht Gefahr, dass irgendwie, äh, ja, da hat man vermeintlich ohne Fahrkarte, äh, ein bisschen, also, man hat dann ja auch gar keine Fahrkarte, zumindest nicht bei sich. Äh, ja, man ist da nicht im Besitz, aber, ach, gibt ja Besitz und das andere Eigentum. Habe ich zwar eine Fahrkarte, die mein Eigentum ist oder so, ja, genau, da will ich ein bisschen aufpassen da vorne. Aber ich sehe sich gerade nicht unmittelbar im Besitz. Ach, keine Ahnung, da gibt es doch auch so, äh, tolles, äh, ganz tolle Rede-Dingens da, blub, gesetztes Texte, geraffel. Also, die Ampel, wenn ich jetzt durchgefahren wäre, hätte ich mich jetzt schon wieder darüber geärgert, dass da gerade rot geworden ist. Das ist mir gerade zum Glück egal. Aber, ja. Oh, schönen guten Tag. Wir würden aber auch Zeit jetzt hier mal, ne? Oh, wir wollen mal los. Kann ja nicht sein, ob wir da ewig stehen hier, ne? So, bis es sich hochgepumpt hat. Jetzt geht er mal ins Handy da oben, meine Güte. Wobei ich Handy-Klingeln auch selten höre. Also, wenn man Mobiltelefone in öffentlichen Verkehrsmitteln hört, dann ist es meiner Erfahrung nach, ähm, ja, in der Regel Musik. Wo ich immer noch denke, wann diese Unsitte angefangen hat, dass man der Meinung ist, man müsste andere Leute mit seiner, äh, fantastischen Musik in fantastischer Audioqualität über Handy-Lautsprecher beglücken. Aber, ja, ich glaube, das ist aber auch sehr, ein sehr übergreifendes Problem, ne? Das ist, äh, weiß ich nicht. Also, finde ich, ich finde das immer schon unangenehm. Also, angenommen, man hört jetzt irgendwie immer selber Musik und dann irgendwie mit dem Kopfhören oder sowas da, äh, ist das so, dass das andere irgendwie noch hören beziehungsweise stören könnten. Finde ich das schon unangenehm. Aber, das dann aktiv auf Lautsprecher, finde ich schon. So, schönen guten Tag. Äh, ja, das war dann wohl der Fahrgastwechsel. Ähm, ich sag schon, heute ist die Tage, heute ist die Folge der Cuts einfach. So, wir wollen trotzdem gucken, ob wir hier bündig loskommen. Bus-Spur, nee, die sieht da vorne ein wenig bedrängt aus. So, äh, wir wollen da vorne nochmal abbiegen auf die etwas grüße, so tolle Rose, ne? So, Bus, ja, aber das ist ja auch irgendwie ein Fahrradstreit. Ach ja. Ist das auch für so halb, schräg abbiegen? Ich glaube, ja. So, dann hier durch und dann irgendwie links. da kriegen wir, glaube ich, hin. Ich denke, dass die Bereich des Möglichen soll. Wenn sie mal fahren würden, nach vorne, bitte. Danke sehr. Vielen Dank für ihre Kooperation. Ich bin Ihnen sehr dankbar. So. Dann also irgendwie nach links, ne? Wobei, das ist, er hat geradeaus hier. Gött. So, ich blöcke hier mal ganz los. Beide Spuren, sorry. Bin im Bus, ich darf das. Ist eilig. so. So, einen wunderschönen guten Tag hier. Hallo. Danke sehr. Ach, da kommen wir halt früher. Meine Güte. Ja, ich laufe da mal ganz gemütlich rum und schaue mir erst mal noch mal die Natur an, bevor ich mich da mal bequeme, da irgendwie in die Nähe des Buses zu kommen. Naja. Hups. Sorry. So kennt man das, die Fahrgäste. Ja, ja, ja. Ja. Bin ich da vorbei. Ja, Gott, der fährt eh. Don, ist dies hier in Ordnung? So, noch mal zu versichern. Ja, ich ist, haha, 50, aber auch rot. So, ich bin im Bus, ich darf das. Das ist glaube ich auch so ungefähr die Argumentation für alles heute in dem Video, ne? Ist aber auch legitim, ne? Also muss man doch irgendwo mal als Argumentation benutzen dürfen hier, so. Einen schönen guten Tag, die Herrschaften. Hallo. Bitte schneller einsteigen. Danke sehr. Achso, ist ja gedruckt halt, ne? Das war ein bisschen anders. Du darfst noch raus. Auch wenn im Bus natürlich die, wie war das, die Abfahrt von der Haltestelle zu ermöglichen ist. Irgendwie so, was war doch die, ist doch die offizielle SCVO-Regelung dafür. Hat natürlich aber auch irgendwo Grenzen, wenn, ja, ne? Also, man kann natürlich nicht erwarten, wenn das Auto schon halb an einem vorbei ist, man dann erst blinkt, dass es einem dann freigemacht wird. Man muss dann schon irgendwie, das glaube ich, so ein bisschen abwägen und so wird das ja auch meistens zumindest gehandhabt. Auch wenn, glaube ich, in den häufigeren Fällen die Autos, die ignoranten, äh, Verkehrsteilnehmer, danke fürs, so nahe an der Haltestelle stehen, die ignoranten Verkehrsteilnehmer sind, äh, die dann trotzdem noch versuchen, schnell vorbeizukommen, äh, verglichen mit, ich sag mal, dem, was halt passiert, wenn es mal so Assigebus-Fahrer sind, die da unbedingt noch direkt sofort in dieser Sekunde raus wollen. Ich glaube, das passiert eher seltener. War da jetzt noch jemand? Ne, ich stück hier, war das wohl Schatten. Ich dachte, echt, da wäre gerade noch einer gewesen. Ihr wartet, ich habe Vorfahrt. Dankeschön, auch da Taxi, neben dem Riesen-Audi da. So, guck mal, die Leute laufen hier auch, so, ganz schön hier, ne, will ich auch was machen, wenn ich mit dem Bus fahren. Jetzt zumindest die eine Haltestelle, ne, aber, wenn er eh unterwegs ist. Habe auch generell festgestellt, muss ich sagen, ähm, dass man, zumindest, wenn man jetzt nicht solche, äh, komplett höherwertigeren Verkehrsmittel wie eine U-Bahn oder sowas besitzt, gut, Karlsruhe hat ja bald eine, äh, U-Straßenbahn, ähm, wenn man sowas nicht hat in der Stadt, dann ist Laufen tatsächlich manchmal gar nicht so viel langsamer. Also, oft war ich halt in der Stadt in einem Mix aus Rad, äh, zu Fuß oder halt, ne, Bus und Bahn unterwegs. Äh, und, ja, irgendwie habe ich jetzt in der letzten Zeit auch öfters mal für mich entdeckt, dass wenn, sag mal, wenn man, ähm, gerade eine Bahn verpasst, wenn die ersten 10 Minuten kommt und man dann eben in eine Viertelstunde Bahn fährt, das ist manchmal gar nicht so viel langsamer, äh, wenn man das läuft, hat zumindest auf, wie sagen wir mal, schlechter ausgebauten Bereichen, vor allem in der Innenstadt, wenn dann alles eh so ein bisschen träge und zäh läuft, äh, mit der Bahn, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber ich bin nochmal gespannt, wenn jetzt dann dieses Jahr zum Fahrplanwechsel, ähm, ist er dann auch nicht mehr lang, in Karlsruhe, der Stadtbahn schon eröffnet wird und dann die Stadt und ein paar Straßenbahnlinien dann eben, ja, ein paar Haltestellen unterirdisch fahren. Bin immer gespannt. Sehr viel Temtem um irgendwie neue unterirdische Haltestellen oder wie viel sind es, ich glaube, so um den Dreh rum. Ja. Aber ich sag mal, ich war heute wieder, äh, in der Stadt mit der Bahn unterwegs und ich kann schon zumindest nachvollziehen, warum die Lösung, wie es aktuell ist, nicht sonderlich fancy ist und dass das dann schon zu schnelleren, zügigeren Verbindungen beitragen kann. So, apropos schnellere Verbindung, Dankeschön. Kein Dankeschön. So ein bisschen aufmerksam fahren. Ja, ich würde jetzt Zweifel, wenn ich jetzt Busfahrer wäre und auf Leben und Tod kämpfen müsste, würde ich jetzt auf die linke Spur ziehen, aber da war ja auch viel los. Ja, herzlich willkommen Stadtverkehr. Ach ja. Und deswegen, liebe Leute, sitze ich, äh, sonst um Summonator hier vorne am Steuer und sonst immer ganz gerne an der Stelle des Fahrgasts. Ach ja. Und ich muss sagen, als Fußgänger hat man halt den, jetzt pippt das da schon wieder, ähm, als Fahrgast hast du halt den Vorteil, du, wenn ich als Fahrgast, als Fußgänger hast du den Vorteil, hast du an den meisten Stellen, vor allem wenn es da keine Ampeln oder sowas gibt, bist du halt eigentlich der, äh, eher vorfahrthabende Verkehrsteilnehmer. Das heißt, du musst eigentlich seltener irgendwo warten und kannst dich dann auch immer über eine Rot-Appel sneaken, glaube ich auch schon ein paar Mal. Sag mal, ja, das ist jetzt da frech. Ich hab die falsche Spur gewählt, ich seh das schon. Ähm, ja, man kommt auf jeden Fall gut vorwärts, im Gegensatz zum Busfahren hier, meine Güte. Ich, ja, ich, also irgendwann übermorgen kommen wir da mal an. Ich seh das schon. Ich wollte heute eigentlich noch mehr aufnehmen. Ich seh schon, das klappt jetzt so nicht, wie ich mir das vorgestellt hab. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd. so, so, hopp, bitte jetzt zisch ab. Danke sehr. Ah, ja, 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 wir werden ja gar nicht die komplette Linie fahren brauchen. Aber hey, jetzt ziehen wir das noch durch hier, ne? So. Irgendjemand? Nö. Ey, das ist ja nur noch gepiepert da hinten, ne? Die Leute und ihre Smartphones, man kennt's. Da war bestimmt auch die Benachrichtigung, dass dieser IA ja gerade ein neues Video hochgeladen hat. Dann finde ich das akzeptabel, dass das da die ganze Zeit pippt. Ansonsten, hm? Weiß ich nicht. Sonst habe ich natürlich keinerlei Verständnis dafür. Ja, das geht natürlich gar nicht. Ist das vor oder nach der Kreuzung? Kurz nach der Kreuzung, oder? Wie sieht das denn? Ja, wieder so eine Aktion. Ja gut, wie die muss ich beauffällig sind, ist das ein gutes Recht. Unterm Strich. Jetzt hast du ja in Ordnung. Siehst du ein bisschen aufteilen an der Kreuzung, hat man da nicht die ganze Zeit die gleiche Spur da blockiert. So, aber nee, der bleibt auch stehen. Gerade überlegt, ob ich da die Haltestellenbremse noch irgendwie benötige. Was ist denn los? vieles ist, äh, ja. Das ist, äh, ja. Schicht mit an der Gründe, warum in großen Städten Uber noch so effektiv und effizient sind. Wollen die auch einfach ihr Eugenies, äh, Strecken jetzt haben. Ja. Und du einfach auch theoretisch so unemühend ein paar hundert Fahrgäste einfach mal auf einmal wegkriegst, alle paar Minuten, was halt, äh, da auf der Straße doch eher ein bisschen schwierig ist in der Intensität. Und vor allem auch die Geschwindigkeit, direkte Fahrten. Äh, das ist schon. So. Irgendwo sinnvoll. Das war's schon, ne? Äh, schon weg, gleich mal zu hier. Wenn jetzt noch nie jemand hätte mitwollen, dann, sorry, nächstes Mal bitte ein bisschen früher. Der nächste Bus kommt schon auch ein paar Minuten. Und so weit ist es nicht mehr. Also im Zweifel laufen. Jetzt ein paar Meter hier. 244 sind es noch bis, äh, zur nächsten Haltestelle. Okay. So. Jetzt will ich einmal das über eine Ampel schaffen. Ja, fantastisch. Wo wird denn die Ansage? Ansage, Schmannsage, nicht? Okay, gut. Ja, die Leute wissen ja, wo sie raus müssen. Kennen sich hier im Zweifel aus, ne? Ihr kennt euch aus, das ist eure Hood hier, ne? Guten Tag. Mal rein mit euch. Guten Tag. Kein Lübchen. Was wollt ihr so weit vorne? Ach so, ihr drückt euch am Haltestellenschild vorbei. Ich hab schon gewusst, was die da machen. Aber da war es ein Haltestellenschild gewesen. Dankeschön. So, da vorne sieht jetzt auch noch so eine Linkskurve aus. Das heißt, wir müssten auch vielleicht auf unserer Spur Glück haben und könnten da durchkommen. Ja, da sieht das in Kurven-Dingens. Dies Häus, dies Storn-Dort-Ding, ich nicht noch links Hoppings und dann kann er da ausfahren. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber auch doch kommen. Ah. Links, Hilfe, ich muss da einmal. Danke sehr. So, sehr gefährlich sind die Seidmichelang-Durchstraße. Bitte beachten Sie unsere Fahrt in der Tier. Wir bitten eine Frage, es da auszusteigen. Es besteht Übergang zu anderen Verkehrsmitteln der BVG. Und ich bitte euch in Zukunft die Kreuzung freizuhalten, liebe Leute. Das ist absolutes Gassim, was ihr hier macht. Wenn da Stau ist, dann hält man das frei. Muss ich mir den Weg jetzt da irgendwie erkämpfen oder so, dass mich da mal einer rüberlässt? Du hast da keine Chance. Danke sehr. So, und dann ist so eine richtig schöne Unfallquelle hier, ne? Einer lässt sich durch und auf der anderen Spur heizen die... Den habe ich nicht gesehen. Warum bleibst denn du jetzt eigentlich stehen? Ich dachte mir, jo, du fährst halt weiter und fahr halt auch weiter. Fahr doch bitte einfach weg. Warum stehst du da noch? Warum bleibt man denn da bitte stehen? Ich verstehe es einfach nicht. Fahr doch bitte weg. Fahr weg. Du bist kaputt, aber fahr einfach weg. Danke. Soweit habe ich erwartet. Nicht, dass da noch einer stehen bleibt. So. Sorry. Ja, gegen Ende. Achtung, Schlagloch. Und gegen Ende auf jeden Fall 10 von 10 Fahrstil. So, der Ausstieg in Fahrrad Richtung rechts, liebe Leute. Jetzt. Ja, wunderbar. Da haben wir es geschauft. Geh. So, warum war da jetzt der... Süddeutsche so krass bei rauskam. Ach, guck mal, wir haben sogar das nicht gekriegt. Äh, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Äh, macht's gut. Faires Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.